Hey Leute, Topper hier und heute war das Pro League Final der ersten Season im zweiten Jahr von Rainbow Six Siege. Und wer das Spiel schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß genau, heute ist so der Tag eigentlich, wo wir die neue Season ein bisschen präsentiert bekommen, ein bisschen angeteasert bekommen, ein bisschen Demo-Gameplay. Aber wir haben ja letzte Woche herausgefunden, dass Operation Health unser nächstes DLC sein wird und dort geht es um die Gesundheit des Spiels. Es kommt kein neuer Content, keine Karte, keine neuen Operator. Die sind alle in den August verschoben worden. Darum will ich euch heute ein bisschen was zeigen, was zu Operation Health gesagt worden ist und auch was sonst so noch kommen wird mit Operation Health. Aber ich will erstmal anfangen mit einem Leak, das mehr oder weniger Ubisoft eben selbst präsentiert hat. Die Logos der Hongkong Operator waren, glaube ich, in einem dieser Panels, in einem dieser Videos zu sehen mit den Entwicklern. Was ich euch gerade zeige, das ist eigentlich hier schon drin, ihr könnt zur Sekunde 30 zurückgehen. Dort ist dieses Bild, wo man das sieht, was ich euch jetzt als Screenshot rausgepickt habe. Denn dort seht ihr unten rechts bei den Angreifern und bei den Verteidigern gibt es neben Jackal und Mira zwei weitere Operator, die in orange sind. Und diese Logos werden wahrscheinlich die Hongkong Operator sein. Beim Angreifer ziemlich gut zu erkennen, drei Zahnräder, die in irgendeiner Art ineinander greifen. Wird interessant zu sein, das hat ja immer ein bisschen was mit der Fähigkeit zu tun. Und bei den Verteidigern kann man es richtig schwer erkennen, aber man kann es erahnen, vor allen Dingen, wenn ihr nochmal zur Sekunde 30 zurückgeht und das vielleicht an einer anderen Stelle nochmal ein bisschen besser anhalten könnt. Es könnte einer dieser Krähenfüße sein, die ich mal in einem Hongkong Video gezeigt habe. Also so eine Art verbesserter Stacheldraht aus vielen von diesen Krähenfüßen ist definitiv eine Möglichkeit. Bleibt aber abzuwarten, aber das wollte ich euch nur präsentieren, weil ich das so gesehen habe in diesem Entwicklerpanel. Jetzt kommen wir zur Operation Health und was sich da alles ändern wird. Und hier will ich mit einer unfassbar guten Nachricht anfangen, denn in Operation Health wird Glass wieder ein bisschen genervt. Er wird ein wenig schlechter gemacht und zwar das Ganze in drei Schritten. Zum einen wird der Schaden seiner Waffe reduziert. Im Moment ist es so ein bis zwei Schüsse, bis er jemanden down hat, je nach Operator-Typ. Eins, zwei oder drei Armor. Das wird auf zwei bis drei Schüsse erhöht, auch wieder je nachdem. Und dann wird der Rückstoß der Waffe erhöht. Den hatten sie ja mal extra ganz niedrig gemacht. Der wird jetzt wieder ein bisschen erhöht. Und der dritte ist ein sehr indirekter Nerf, denn Termite und Ash verlieren ihre Rauchgranaten an Fuse und Chakal. Ich nehme an, sie werden dann Blendgranaten von den beiden bekommen. Und ja, das ist halt, weil Ash und Termite sowieso schon super hochgepickte und starke Operator sind. Und gerade im Teamplay ist das schon ein harter Nerf. Außerdem wurde von Ubisoft eine Roadmap für die nächsten drei Monate ausschließlich für Operation Health vorgestellt. Und da seht ihr, dass im Hintergrund eine ganze Menge an der Serverstabilität und an den Servern gearbeitet werden soll. Da drüber haben sie eine ganze Menge geredet in diesem Entwicklerpanel. Ich will jetzt nicht komplett ins Detail gehen. Es war sehr viel Theorie, gerade was Disconnect und sowas angeht. All das soll in den nächsten drei Monaten besser werden. Und dann seht ihr unten die Updates, die kommen werden. 2.1. Dort wird es das One-Step-Matchmaking geben. Dies wird die Spielersuche insofern verändern, dass ihr nicht mehr euer eigenes Team mit fünf Leuten und dann ein gegnerisches Team mit fünf Leuten findet. Nein, dieser Schritt wird vereint zu einem Schritt und ihr findet direkt zehn Leute. Die werden in zwei Teams gesplittet und dann geht das Match auch direkt los. Soll das Matchmaking deutlich schneller machen. Ich bin gespannt, werden wir sehen. Das Gute ist, mit diesem One-Step-Matchmaking könnt ihr dann neben dem Suchen auch an euren Operatoren feilen oder im Shop einkaufen gehen. Während ihr Gegner sucht, das ist auf jeden Fall eine super Addition für Rainbow Six Siege. Und mit Patch 2.2 kriegen wir dann auch endlich die heiß ersehnten Alpha Packs, die sowieso für die zweite Season angekündigt waren. Kurz für die Leute, die noch nicht wissen, was diese Alpha Packs sein werden. Es sind mehr oder weniger freie Loot Packs, die nach jeder Runde droppen können. Ihr seht links eine Prozent Chance von 50%, dass so ein Ding jetzt droppen wird. Und wenn es nicht droppt nach Ende der Runde, dann geht diese Prozent Chance höher, sodass irgendwann garantiert ist, dass ihr so ein Pack bekommt. Und dann geht es wieder von unten los und das geht immer und immer und immer so weiter. Und in diesen Packs drin sind neben Skins, Talismänner, Kopfbedeckungen, eventuell auch Uniformen. Und ihr seht es auch gleich auf dem Screen, wenn es Duplikate gibt, werden diese gegen Ansehen eintauschbar sein. Also ihr könnt halt auch Doppelte ziehen, mehr oder weniger, so wie man es auf Deutsch gut und gerne sagt. Die Dinger sind alle in einen gewissen Seltenheitswert eingeteilt. Der ist jetzt noch nicht ganz bekannt, was da wie selten ist. Das werden wir dann bestimmt erfahren, wenn wir näher an Patch 2.2 rankommen. Jetzt sind wir aber bei Patch 2.0, also noch nicht bei 2.1, sondern noch nicht bei 2.2. Patch 2.0 wird am 24.05. überall rauskommen. Das heißt, nächsten Mittwoch wird Operation Health losgehen. Da wird es dann wie üblich den Rank Reset geben. Das heißt, euer Rang geht wieder nach ganz unten. Ihr seid wieder unranked. Das wäre so das Wichtigste, was heute so preisgegeben worden ist über Operation Health. Wie gesagt, viel Theoretisches, aber das ist eigentlich so hier das Interessanteste, was ich euch hier in dem Video gezeigt habe. Lasst mich eure Meinung wissen, was haltet ihr davon? Denkt ihr wirklich, dass das die Hongkong Operator waren, die da aus Versehen geleakt worden sind? Was haltet ihr vom Glassnerv? Ich finde es eigentlich sehr cool. Und was haltet ihr allgemein von Operation Health und der Roadmap, One Step Matchmaking, Alpha Packs? Also ich bin sehr hyped auf diese Alpha Packs. Ich habe Bock, da ein paar geile Skins zu ziehen für ein paar Waffen oder halt ein paar Headgears. Ich habe mir noch nicht so viele gekauft, wenn ich ganz ehrlich bin. Lasst mich das wissen. Aber für dieses Video bin ich raus. Haut ihr rein. Euer Topper. dew 3 2 3 4 3 5 Bis zum nächsten Mal.